Für Kälte-Klimaanlagen mit Schrader-Ventilen wurde der W-TW111 entwickelt. Es gibt ihn in zwei unterschiedlichen Druckstufen, mit roter Schiebehülse für Hochdruck und in blau für Niederdruck und eine spezielle Version für R410A. Der TW111 ist entweder mit zentraler Medienzuleitung oder mit einer 90 Grad Zuleitung erhältlich. Ein integriertes Absperrventil verhindert, dass beim Abschließen Kältemittel in die Umwelt entweicht.